Sehr geehrte Damen und Herren, Did you know that the crew of the Titanic waited 30 seconds to redirect till they bypassed the iceberg? Well, we live in these 30 seconds now. These 30 seconds represented the problem of Mother's Earth's climate crisis. Mein Name ist Florian Führer. Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die zweite Klasse der höheren Lehranstalt für Mode und wirtschaftliche Berufe Michelbäuern in Wien. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Schlagzeilen Fridays for Future, Schüler gehen fürs Klima protestieren und der Klimawandel in den Medien hören? In meinem Kopf spüren viele Gedanken, wie zum Beispiel, wie konnte so eine Klimakatastrophe passieren? Oder was kann ich persönlich dagegen unternehmen? Viele Dinge, auf die ich meist keine Antwort finde. Die Klimakatastrophe hat uns fest in der Hand und es ist Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Aber was kann uns jeden von uns contribute? Wir können uns radicalen Gruppen, die in fronten von Ministerien, protestieren oder ignite buildings of personalities, die eine große Rolle in dieser Krise und tun nichts mehr über die Krise. Ja, wir können das tun. Aber ist das die Lösung für unsere Problem? In meinem Fall, nein, es ist nicht. Wir können und demonstrieren, wie Greta Thunberg und die Fridays for Future zeigen uns. Das ist eine non-radicale Weise, die jeder kann sich nehmen. But is going on the streets and demonstrate the solution for every problem? No, it isn't. But in the case of the climate crisis, it might be better. Because only then we can wake up politics and tell them that they have acted too late. Als Vergleich zur Klimakrise kann man das Beispiel der Titanic hernehmen. Denn die Besatzung dieses Kreuzfahrtschiffes hatte 30 Sekunden, bevor sie um den Eisberg gelenkt hat, schon gewusst, dass es diesen Eisberg gibt. Und in diesen 30 Sekunden hätte das Unglück von 1912 verhindert werden können. Wir leben gerade in diesen 30 Sekunden. Damit sie alle besser verstehen können, warum ich diesen Vergleich ziehe. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann passiert uns auch so ein Unglück wie auf der Titanic. But how did our society actually become aware of this crisis? I think each of us knows the answer. The first time that the general population of our earth become aware of this was in 2018 by a young Swedish student called Greta Thunberg placed herself in front of the Swedish parliament every Friday with a signed inscription of Skålsträig för klimatet. This protest made waves and created one of the largest protest movements on earth, Fridays for Future. In many countries around the world, such as Germany, Great Britain, the US and Australia, but also in India, Thailand, Osttimore and Brazil, similar movements are taking place. In Austria, strikes have been taking place every Friday since December the 21st, 2018. The biggest strike in Austria was in September the 29th, 2019, with around 100,000 people on strike. Auch ich selbst war mit meiner Klasse am 29. September 2019 bei Fridays for Future und habe demonstriert, um unser Klima und unsere Erde zu retten und dazu fortzubewahren, dass unsere Enkelkinder diese Welt erleben können, wie wir sie jetzt erleben, dass die Polkappen schmelzen, das Eis somit ins Meer gelangt, seltene Städte überflutet werden und nicht mehr bewohnbar sind oder seltene Pflanzen und Tierarten ausrotten. Ich finde, man sollte hierfür aufstehen und demonstrieren gehen, damit die Politik es endlich versteht, dass man ohne Maßnahmen und Innovationen das 2 Grad Ziel von 2030 nicht erreichen wird. The main issue is that politicians are not concerned about anything and simply look away until our planet will be destroyed. But what they do not realize is, this crisis won't just fade away. Even worse, it will destroy us if we do not act. Of course, I understand we are currently in a pandemic and I definitely understand that we have other problems now. But we have known for years that we are in this crisis. In my opinion, politics have missed too much. They should have acted against earlier and not have started now with small payments to companies that deliver the products in an environmentally friendly way. Even if there are already good approaches, you have to be able to implant them. A good starting point is the 123 ticket of the Austrian Federal Railway and the Ministry of Climate Protection, Environment, Energy, Mobility, Innovation, Innovation and Technology. With this ticket, you can travel through Austria by train for 3 euros a day. This is even supposed to be 25% cheaper for people under 26. Therefore, everybody can do something about the climate crisis. Jeder von uns kann etwas dagegen unternehmen, um gegen diese Krise anzukämpfen. Und jeder weiß auch, wie es gehen könnte. Tut es aber nicht, weil es für die meisten Menschen zu umständlich ist. Es beginnt schon bei den kleinen Dingen, wie zum Beispiel mit den Öffis oder dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit zu fahren, als mit dem Auto. Oder, dass man Stoffsackerl statt Plastiksackerl zum Einkauf verwendet, welche man zu Hause wieder wegwirft. These are just few examples on how everybody can change our world. But there are also more radical ways to reduce trash and to help against the climate crisis. For example, the French-American author Bia Johnson, who only produces one jar of plastic per year. Her mission statement is zero waste is not to recycling more, but less. She believes that just because recyclable things are for recycling does not mean they are good for the environment. On her homepage, you can find many shops marked on a world map that supports the zero-waste lifestyle by selling products only if you bring your own packaging, such as cotton bags, Tupperware or reusable jars. There are also some in Vienna. Go and check them out on her homepage. Let us fight together against the climate crisis because only together we can manage to get out of the solution and save Mother Earth. Thank you very much.